Alle Leute, mein Name ist Kevin, ich bin ein Azubi bei der ADEX im Bereich Produktionsfachkraftschemie und ich möchte euch heute meinen Alltag bei der ADEX präsentieren. Let's go! Meine Ausbildung durchlaufe ich verschiedene Bereiche, hauptsächlich die Kulaproduktion, wo unter anderem auch den Füßigbetrieb, Fahrrad und den Wareneingang. Wir befinden uns hier in der Mischanlage, wo der erste Schritt ist, Buchstaben und Zusammenstieg. Ich begleite die Produktionsprozesse bis zur fertigen Produktion. Der letzte Produktionsschritt findet hier an der Einbahnanlage statt. Hier wird das Fertig, abgefüllt und daraus entsprechend eingeladen. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass ich mich nach meiner Ausbildung bei der ADEX weiter mitbeleite. Wir enden unsere kleine Reise, genauso wie die Reise der Fertigprodukte, die wir in Zürcher der Lager fahren. Ich hoffe, der kleine Einblick in meiner Ausbildung hat euch gefallen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, klickt auf die ADEX-Seite über den Link. Und Dankeschön und bis bald!